Maginon DVZ-5 HD Camcorder 5 Megapixel Full HD Auflösung 5-fach optischer Zoom Schärfer als die Polizei erlaubt Erhalten Sie Ihre schönsten Familien- und Urlaubserinnerungen in einer atemberaubenden Full HD Qualität mit einer Auflösung von 1920x1080 Mit dem 5-fachen optischen Zoom können Sie auch entfernte Motive ohne Qualitätsverlust bildschirmfüllend einfangen und sind somit immer einen Schritt voraus Den großen, ausklappbaren 7,6 cm TFT-Touchscreen-Farbmonitor bedienen Sie per Fingerdruck Egal ob Sie Einstellungen ändern, Videos oder Fotos aufnehmen oder aufgenommene Videos und Fotos nochmals betrachten möchten Über den großen Touchscreen-Monitor können Sie alle Funktionen bequem und einfach bedienen Der Camcorder ist mit zwei Fächern für Speichermedien ausgestattet Sie können SD-SDHC-Karten und MicroSD-Karten bis zu 32 GB nutzen Und das Beste daran Ist eine Karte voll, wird automatisch auf der zweiten Karte weiter aufgenommen Doppelte Kapazität Doppelte Aufnahmezeit Doppelt so viel Spaß Oder möchten Sie die Kamera zu Überwachungszwecken nutzen? Kein Problem Die integrierte Bewegungserkennung startet Ihre Aufnahmen automatisch sobald sich etwas vor der Linse bewegt Sie verpassen nichts mehr Sie können sich Ihre Filme jederzeit auf dem integrierten Monitor einem PC oder einem TV-Gerät betrachten und können Freunde und Verwandte an ihren Erinnerungen teilhaben lassen Mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel auch an HD-fähigen TV-Geräten Kino war gestern Den Akku des Camcorders können Sie wahlweise über das USB-Kabel an einem Computer oder mit dem mitgelieferten USB-Netzteil über eine Steckdose laden Das umfangreiche Zubehör des Maginon DVZ-5 HD Camcorders beinhaltet eine 4 GB SDHC Speicherkarte einen Lithium-Ionen-Akku ein USB-Netzgerät je ein USB- und Videokabel die Videobearbeitungssoftware eine Tragetasche und ein Handbuch Der Maginon DVZ-5 HD Camcorder Für Ihre schönsten Familien- und Urlaubserinnerungen in atemberaubender Full-HD-Qualität